Danke für die Vorstellung. Ich muss heute leider den Michael Kiende, unseren Geschäftsführer, vertreten. Er ist leider anderweitig eingespannt, aber es freut mich sehr, ihn hier heute vertreten zu dürfen. Und ich würde mit Ihnen gerne über das Projekt Open Ethics sprechen. Das ist ein recht frisches Projekt. Im Gegensatz zu dem Vortrag Ebenrutschmeißung ein bisschen nach unten unter die Cloud, also die Basis im Unterbau einer Cloud-Umgebung. Über die Firma Atinorum möchte ich gar nicht allzu viel erzählen. Ein paar Fakten sehen Sie in der Folie. Was mir noch ganz wichtig ist, die Atinorum ist als Data-Center-Betreiber einer Konzerngruppe entstanden. Ende der 90er Jahre haben wir uns dann zum Dienstleister gewandelt, haben uns da recht wohl gefühlt. Inzwischen liegt da unser größerer Anteil im externen Markt und so war es natürlich früher oder später der Fall, dass wir vom Data-Center-Betreiber zum externen Dienstleister auch zum Cloud-Provider wurden und so in den ersten Kundenprojekten schon vor einigen Jahren Cloud bereitgestellt haben. Die Vorteile von Cloud-Provider, ich konnte Ihnen das erzählen. Es gibt immer so ein paar Schlagwörter, die man damit verbindet, die IT-Entscheider verbinden, die meistens aber auch Geschäftsführer damit verbinden. Wir haben bei unseren Cloud-Projekten, bei den ersten Projekten die Erfahrung gemacht, so locker und leicht, wie das klingt, ist es häufig gar nicht. Flexibilität im Umgang in der Cloud setzt erstmal voraus, dass wir auch Flexibilität in der Infrastruktur haben. Und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Der Kollege hat eben von Amazon gesprochen, das ist natürlich der beste Fall, da haben wir die Verantwortung für die Infrastruktur abgegeben, aber was wenn ich derselbe bereitstellen muss? Ich muss meine Ressourcen flexibel erweitern können. Das ist bei vielen Ressourcen kein Problem. Die Virtualisierung macht da vieles leicht. In einem Punkt, und da kommen wir zum nächsten Schlagwort, Big Data, sind wir da auf ein paar Probleme gestoßen, das ist der Bereich Storage. Storage ist nicht so flexibel erweiterbar, so flexibel handelbar, wie das bei anderen Ressourcen in der Cloud der Fall ist. Und da haben wir uns mal angeguckt, was für Anforderungen hat man so an Storage. Einerseits in Bezug auf Cloud, andererseits haben wir das System mal ganz klassisch als Unified Storage System betrachtet. Und ich will jetzt hier noch gar nicht auf jeden Punkt eingehen, was wir uns auch angeschaut haben, und das vor dem Hintergrund, dass wir ein Open Source Dienstleister sind seit vielen Jahren. Wir haben uns angeschaut, woher kommt denn die eigentliche Funktionalität, die in so einem Storage System drin steckt. Und da wird man feststellen, dass das ein sehr großer Softwareanteil ist. Natürlich brauche ich für meine hohe Verfügbarkeit eine redundante Hardware, aber die ganze Intelligenz, die Umschaltung, das ist ein reines Softwarethema. Und so zieht sich das durch jeden Aspekt eine Unified Storage durch. Ich nenne das gerne ein bisschen ketzerisch, Mythos Black Box, weil das bei proprietären Herstellern häufig in den Hintergrund drückt. Man kauft ein Stück Hardware. Das ist meine Storage. Wo die Funktionen herkommen, wirkt sich maximal nochmal in Preisen von Lizenzen aus. Wir haben dann lange herumgesucht, wie können wir das Ganze mit Open Source abbilden. Über die Vorteile von Open Source brauche ich Ihnen wahrscheinlich auch nichts erzählen. Open Cloud Day, Sie sind alle open-minded. Ich will einen Punkt ein bisschen hervorheben, mit dem wir die besten Erfahrungen gemacht haben. Das ist die individuelle Kooperation, die individuelle Entwicklung von Nischenthemen. Das heißt, mehrere Firmen tun sich zusammen und es wird gemeinsam eine Anforderung abgedeckt. Wir können damit sehr flexibel auf individuelle Anforderungen reagieren. Wir können uns auf Lösungen konzentrieren, die die Marktführer vielleicht nicht integrieren würden. NetApp konzentriert sich mit Snapmanagern auf die Marktführer, auf VMware. Aber ein Snapmanager für KVM gibt es bisher von keinem proprietären Hersteller. Und wie gesagt, wir haben dann sehr lange geschaut, was gibt es in bestehenden Open Source Projekten. Wir haben uns Open Filer angeschaut, wir haben uns FreeNAS angeschaut. Das wird Ihnen vielleicht alles was sagen. Wir haben aber festgestellt, dass wir eigentlich in keinem Tool all unsere Anforderungen abgedeckt gesehen haben. Und so kam es, dass wir vor zwei, drei Jahren begonnen haben, das Projekt Open Etik zu entwickeln. Wir sind, wie gesagt, sehr frisch. Wir hatten unser erstes offizielles Release im März letzten Jahres. Wir sehen hier mal ein Screenshot von der Einstiegsseite von Open Etik. Da sehen Sie schon, wir konzentrieren uns auch sehr stark auf das Thema Monitoring. Da würde ich aber gleich nochmal drauf eingehen. Open Etik an sich gibt es in drei Editionen. Es gibt einmal die Community Edition, die frei zum Download verfügbar ist. Bereits in der Community Edition hat man alle Funktionen, die man sich von einem Unified Storage System erwartet. Und auch Funktionen, die man in einer Cloud einsetzen kann. Zum Beispiel eine zentrale API, über die man jede Funktion ansprechen kann. Vollständig darauf aufbauen, bieten wir dann die Enterprise Edition an. Mit dem Hauptunterschied, es gibt einen professionellen Support mit Herstellungszeiten, mit Reaktionszeiten über uns oder über einen Partner. Und so ein bisschen noch am Rande die Appliance Edition, die wir dann, also am Rande im Sinne von, es ist die Enterprise Edition, die wir aber gewandelt mit Hardware ausliefern, sodass wir auch einen einheitlichen Ansprechpartner für den Support auf Hardware und Software haben. Bei der Community Edition haben wir letzten Monat ein bisschen Geburtstag gefeiert. Da haben wir nämlich das erste Stable Release von Open Etik veröffentlicht. Wir haben da ZFS integriert, ist im März Stable geworden, auch für den Linux Kernel. Wir haben Beta FS bereits integriert und wir haben den Weg, Open Etik einzusetzen, zu installieren und zu testen, deutlich einfacher gemacht. Man kann es ja als fertige Pakete nutzen, man kann es als ISO nutzen. Also es ist sehr leicht, so einen ersten Test von dem Projekt anzumachen. Keine Sorge, ich will nicht jeden Punkt dieser Folie erklären. Ich will nur mal durchfliegen, wie tickt Open Etik, was ist das Ziel von Open Etik, was sind die einzelnen Funktionen. Da würde ich gerne mal von links nach rechts durchfliegen. Wir haben an der Basis Standard-Linux-Tools aus den Communities, die lange bewährt sind. Ein Samba zum Beispiel für Windows-Freigaben, ein DRBD für Datenspiegelung, ein LVM oder ein Setup S für Snatch-Shots. All diese Tools ziehen wir zusammen, legen im Backend einen modularen Framework oben drüber. Da steckt dann das Know-how drin, das der Admin haben müsste, um die Tools zu bedienen. Auf diesen einzelnen Modulen liegt dann der Kern von Open Etik, quasi das Herz. Da vielleicht noch angemerkt, dass wir jede Konfiguration von diesen vielen Tools, die wir zusammenziehen, das sind jetzt im Maximalausbau ca. 80-90 Tools, die wir auf die Art zusammenfassen, wird dann eine zentrale Datenbank abgelegt. Das macht es sehr leicht bei Clusters in der API. Auf dem eigentlichen Open Etik-Kern liegt dann eine API. Die API steht bei uns im absoluten Mittelpunkt. Wir gehen sogar so weit, dass die Web-Oberfläche komplett auf dieser API basiert. Dadurch ist sichergestellt, dass jede Funktion der Storage-Umgebung jederzeit auch automatisiert in einer Cloud angesprochen werden kann. Darüber gibt es dann diverse Apps, die angebunden werden. Darüber sind verschiedene Deployment-Mechanismen ansteuerbar. Es gibt Snap-Apps, die ich gleich nochmal kurz zeigen möchte. Über diese API ist also jede Funktion ansteuerbar. Durch den modularen Aufbau, den wir im Backend unten drunter haben, ist es aber auch möglich, andere Hersteller in das gesamte Management zu integrieren. Ob ich jetzt ein Modul habe, das meinem LVM sagt, dass wir einen Snapshot machen, oder ein Modul habe, das einer NetApp sagt, mach bitte mal einen Snapshot. Da sind wir sehr flexibel und unabhängig. Das heißt, wir gehen hier bereits die ersten Schritte in Richtung Storage-Virtualisierung mit dem Open-Source-Projekt. Ich würde mir jetzt gerne nochmal die Punkte schnappen, die ich ganz am Anfang gezeigt habe, und an denen mal bewerten, wie geht eine Open-Source-Storage mit den einzelnen Anforderungen, mit den einzelnen Aspekten um. Und ganz klare Mindestanforderungen, wenn ich Speicher zusammenziehe auf ein System, dann muss ich das Ganze auch hochverfügbar auslegen. Und da kommen auch bei Open-Attic die üblichen Verdächtigen zum Einsatz. Erstmal natürlich eine Datenspiegelung, das Ganze blockbasiert mit DABD. Eine dateibasierte Spiegelung ist auch möglich. Synchrone Spiegelung, Asynchrone Spiegelung, ein Einsatz von dem DABD-Proxy. Das heißt, wir sind sehr flexibel, was die Spiegelung der Daten angeht. Der nächste Schritt ist natürlich ein Cluster-Failover, also ein automatisches Reagieren auf eine Auswahl einer beliebigen Komponente. Auch das mit standardisierten Tools. Choruswing, Pacemaker wird sicherlich gilder sagen. Diese Tools integrieren sich automatisch in den Framework, sodass ein Speicherbereich neu angelegt wird, einfach durch das Setzen einer Option geclustert werden kann. Die Protokollvielfalt im Lebensbereich brauche ich wahrscheinlich auch nicht viel zu sagen. Lange Zeit war es ein bisschen kritisch mit TMB Fiber Channel FCOE. Da hat das Projekt LIO unheimlich interessante Fortschritte gemacht. Ich glaube, der Herr Huhl ist auch hier und hat einen Vortrag gehalten oder hält noch. Ich kam leider ein bisschen spät heute. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt und dadurch können wir jetzt auch im Open-Source-Dorage-Umfeld beliebige Protokolle anbieten, um den Speicher bereitzustellen. Speichereffizienz, da muss jemand daran denken, ich hatte vor kurzem einen Kunden, der hat zu mir gesagt, ich kann die Festplatten gar nicht mehr so schnell ins Rechenzentrum tragen, wie ich sie bräuchte. Ist vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber natürlich muss man sich über den effizienten Umgang mit den Daten Gedanken machen. Dem wie Deduplizierung, Komprimierung, In-Datei-System, ein Over-Commitment von Speichern, Hosting-Szenarien, all das ist über die Tools, die Open-IT zugrunde liegen, möglich. Für uns sehr wichtig ist das zentrale Management. Ich habe die API eben betont. Die API ist natürlich nur eine Seite der Medaille. Uns geht es auch darum, dem Admin einen leichten Weg einer manuellen Administration zu geben, weil eben nicht jeder Service in der Cloud bereitgestellt wird. Ich möchte vielleicht Hybrid meine Storage einsetzen. Und die Administration oder allgemein das Management ist zweigeteilt. Einmal die klassische Administration, dazu gehört immer auch das Monitoring. Zunächst mal zur Administration zu sagen, wir haben ein vollständiges Master-Slave-Konzept. Das heißt, wir können beliebig viele Storage-Nodes in ein zentrales Management-Framework integrieren. Das geht sowohl mit der Community Edition als auch mit der Enterprise Edition. Das heißt, Sie können da komplett flexibel Ihre Umgebung gestalten. Ich hatte es eben schon mal angesprochen, auch da sind andere Hersteller in das System integrierbar. Entweder über bereits vorhandene Plugins oder durch die ziemlich einfache Entwicklung von neuen Plugins. Was mir aber immer ein ganz wichtiger Punkt war, ist das Monitoring. Immer wenn ich manuell eine Administration durchführe, muss ich das auch manuell in irgendeine Überwachung eintragen. Und deswegen integrieren wir mit OpenATIC ein automatisiertes Monitoring auf Basis von Nagios mit Bestandteilen von OpenIT Cockpit. OpenIT Cockpit ist ein Management-Framework auf Nagios, der auch von der Firma Altinom begründet wurde. Und so wird jede Veränderung in dem Gesamtkonstrukt automatisch in Monitoring übernommen. Das waren die Graphen, die wir eben auf dem Dashboard gesehen haben, zum Beispiel. Jetzt reicht es natürlich im seltensten Fall nur die Performance-Werte von meiner Storage zu sehen. Ich möchte auch sehen, wie verhält sich die Storage im Verhältnis zu meinem kompletten Datacenter. Ich möchte wissen, ich habe einen Engpass in einem Service, einen Performance-Engpass. Ich will nicht gucken, liegt es an der Storage und dann liegt es am Switch, sondern ich will eine zentrale Ansicht. Und dafür kann OpenATIC als Satellitensystem für bestehende Monitoring-Systeme agieren und kann bei dem Bereitstellen neuer Laufwerke, neuer Speicherbereiche diese Informationen auch in ein zentrales Monitoring übergeben. Mit OpenATIC Cockpit, das ich eben angesprochen hatte, kann man da noch ein paar weitere Mehrwerte schaffen. Man kann SLA-Monitoring machen, man kann die Serviceverträge hinterlegen, man kann da verschiedene Dashboards bauen, aber das hier nur am Rande erwähnt. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, immer wenn man über Abi spricht, dann spricht man über die Automatisierung von Prozessen. Und da gibt es viele, viele Beispiele, wie wir mit OpenATIC automatisierte Prozesse abgebildet haben. Jetzt nur mal ein Auszug und auf das Thema Backup möchte ich noch ein bisschen genauer eingehen, weil das eine Herausforderung ist, die häufig unterschätzt wird. Gehen wir mal von einem System aus, das auf einer Datenbank läuft. Die Datenbank liegt auf einem Speicherbereich, der in irgendeiner Form in dem OpenATIC Management integriert ist. Jetzt möchte ich ein Snapshot von dieser Datenbank machen, habe aber das Problem, dass aus Sicht des Dateisystems die Datenbank erstmal inkonsistent ist. Ich weiß nicht, man schreibt die Datenbank gerade, das ist einfach nur eine große geöffnete Datei. Und hierfür bieten wir die Snap-Apps an, das ist ein kleiner Agent, der in dem Zielsystem installiert wird und der erstmal die Datenbank konsistent macht. Das wäre zum Beispiel bei Microsoft der VSS, also Basis-Tools, die die Datenbank mitbringen. Das passiert automatisch. OpenATIC will ein Snapshot ziehen, informiert das Zielsystem, macht dich konsistent und im nächsten Step wird dann ein Snapshot erstellt. Jetzt habe ich aber ein bisschen mehr als nur einen konstanten Snapshot. Ich habe im Endeffekt einen Echtzeit-Klon meiner Datenbank und das Ganze ohne jegliche Beeinflussung der User. Also kann ich ja eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und kann Datenbankprüfungen mit diesem Snapshot durchführen. Das heißt, ich kann ein Snapshot an ein getrenntes System mounten, kann dort drauf zugreifen, parallel zum laufenden Betrieb und Offline-Checks durchführen. Vielleicht kennt jemand das Tool Easy-Util von Microsoft für den Exchange. Ich glaube, es gibt nur zwei wirklich genutzte Funktionen von dem Tool. Das ist einmal Offline prüfen, geht es der Datenbank gut, was die wenigsten tun, weil es Offline ist. Oder den Fehlerfall hinterher wieder reparieren und da spätestens stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Mit dieser Lösung ist es möglich, Easy-Util im laufenden Betrieb einzusetzen und eine Prüfung der Datenbank ohne Downtime durchzuführen. Wenn ich jetzt weiß, dass meine Datenbank konsistent ist, kann ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und kann auch meine Datensicherung, mein Take-Backup von diesem zweiten Note ziehen. Also ziehe ich auch die Backup-Last von meinem Produktivsystem. Gut, und dass man natürlich auch Snapshots beliebig aufheben kann oder fast beliebig, brauche ich auch nicht dazu sagen. Aber wir haben hier einen vollständig automatisierten Backup-Prozess, der sicherstellt, dass die Daten konsistent sind, der mich in die Lage versetzt, Prüfungen durchzuführen und der dann direkt noch die Backup-Last von dem Produktivsystem zieht. Es gibt viele weitere Beispiele für eine Integration über die Prozesse. Es gibt Schnittstellen zu SAP zum Beispiel. Wir haben für den Kunden eine Anbindung an das HR-Modul gebaut, sodass virtuelle Desktops deployed werden können. Es gibt viele, viele Beispiele, aber das war mal so ein Auszug. Zum Thema Skalierbarkeit. In dem Punkt können wir deutliche Vorteile bieten, dadurch, dass wir ein Master-Slave-Konzept bei Management fahren. Wir haben zwei Möglichkeiten zu skalieren. Wir können entweder klassisch Disks skalieren, das heißt über weitere Controller, weitere Shells, weitere Festplatten den Speicherplatz erhöhen. Aber wir können auch über mehrere Nodes skalieren und das wirklich unbegrenzt, weil wir da eine reine Management-API nutzen. Das Ganze geht so weit, dass wir sogar Speicher zusammenhängend über mehrere Nodes verteilen können mit entsprechenden Dateisystemen. Ich denke da an CEF, an RADOS und Ähnlichem. Als letzten Punkt möchte ich noch auf die Kosten eingehen, weil das natürlich immer ein wichtiger Punkt ist, wenn man über Storage spricht. Man darf natürlich nicht den Fehler machen und freie Software mit kostenfreier Software verwechseln, aber wir können mit einem Open-Source-Storage-System bei sehr ähnlichen Funktionen einen deutlichen Kostenvorteil geben. Das geht schon bei der Hardware los. Dadurch, dass ich Basis-Hardware, Standard-Server-Hardware, vielleicht ein bisschen abgewandt in der Config, aber ich kann Standard-Server als Storage-System einsetzen, ich kann meine Standard-Distribution für den Einkauf nutzen und ich bin nicht der Kunde, der das im ersten Mal bei der Firma EMC, bei der Firma NetApp anklopft. Ich kann dort meinen Einkauf bündeln. Dadurch haben wir in unseren Projekten bisher einen sehr deutlichen Kostenvorteil erzielen können. Ein weiterer Riesenpunkt sind natürlich die Lizenzkosten, wenn Sie sich proprietäre Hersteller anschauen. Auch da wird jedes einzelne Protokoll lizenisiert. Da haben wir natürlich mit Open-Source-Tools im Background einen Riesenvorteil. Beim Dienstleistungsumfang unterscheidet es sich ein bisschen, das Ganze offen kommuniziert. In der Regel ist ein Projekt mit Open-Source-Storage etwas umfangreicher als das bei einem proprietären Hersteller der Fall ist. Ein proprietärer Hersteller liefert die Hardware, baut seinen Schranken in seinen Betrieb, macht die Übergabe, das Thema ist erledigt. Open-Attic lebt von der Integration in Prozesse, in andere Lösungen. Und auch wenn wir hier einen höheren Dienstleistungsanteil haben, sind wir immer noch in der Gesamtssumme günstiger und erzielen in der Regel ein Ergebnis, das viel näher an den Kunden zugeschrieben ist. Im laufenden Betrieb ist auch da ein Open-Source-Tool immer deutlich günstiger. Was kaufen Sie ein, wenn Sie Support für Open-Attic kaufen? Sie kaufen grundsätzlich erstmal eine Reaktionszeit. Sie kaufen nur ganz wenig Qualitätssicherung im Hintergrund, die umgelegt werden muss. Weil wir Basistools aus den Communities einsetzen, die automatisch schon einer Qualitätssicherung unterzogen werden. Machen wir natürlich auch, aber wir müssen das nicht so umfangreich tun, wie proprietäre Hersteller das tun. Und dadurch kann man im Wartungsbereich ganz, ganz deutliche Kostenvorteile schaffen. Wo geht die Reise hin mit Open-Attic? Ich hatte es gesagt, wir sind ein ganz frisches Projekt. Das heißt, unsere Feature-Request-Liste ist auch entsprechend lang. Wir arbeiten sehr stark an den Schnittstellen zu anderen Systemen. Andere Hersteller, das Protokoll SMIS ist vielleicht das Beispiel, von des NIA definiert. Ein Standard, um Storage zu managen, an dem sich, wie das Verstand dazu ist, hier Hersteller ein bisschen anders dran hält. Wir arbeiten sehr stark an dem Ausbau der Snap-Apps, also der Integration unterschiedlicher Datenbanken. Microsoft Exchange, Microsoft SQL, MySQL. Es gibt auch Snap-Apps inzwischen schon für VMware, um virtuelle Maschinenkonsistenz zu snapshotten und zu sichern. Und natürlich ein ganz wichtiges Thema, Big Data, Content Addressable Storage, wie zum Beispiel Hadoop. An dem Projekt arbeiten wir sehr eng gemeinsam mit unserer BI-Abteilung. In den 20 Minuten konnte ich jetzt das Thema nun mal grob anreißen. Daher vielleicht noch der Verweis zum einen auf unsere Webseiten. Wir sind ein Community-Projekt. Wir leben die Community. Das heißt, Sie können auf openetik.org auf die Community Edition zugreifen. Wir freuen uns über jeden, der an dem Projekt mitwirkt. Wenn Sie Interesse oder Informationen zu der Enterprise Edition oder der Appliance Edition benötigen, finden Sie das auf unserer Firmen-Homepage. Und wir veranstalten regelmäßig Vorträge wie heute hier oder aber auch Webcasts, über die wir über unsere Newsletter informieren. Da werden jetzt die nächsten in der kommenden Woche stattfinden, mit entsprechenden Deep Dives nochmal zu den einzelnen Themen. An der Stelle nochmal der Verweis auf die Community-Seite mit ganz vielen Informationen, mit einem Forum, mit direktem Kontakt zu den Entwicklern hinter openetik über ihr erzählen. Also da kann man sehr, sehr schnell und sehr leicht sich den ersten Eindruck verschaffen und schauen, wo positioniert sich Openetik? Welche Funktionen werden abgebildet? Da gibt es auch eine Live-Demo, sodass man sich für die, die aus der Microsoft-Welt kommen, so wie ich vor vielen Jahren, mal einen Eindruck von der clicky-bunten Web-Oberfläche verschaffen wollen. Auch das ist über die Community-Webseite möglich. Und damit bin ich von meiner Seite am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn noch Fragen sind, haben wir sicherlich bestimmt noch eine Minute Zeit dafür. Nein, haben wir nicht? Danke. Applaus Danke. Danke. Danke.